ja hier und leute schon mitbekommen wir spielen um den bett wo es auf der märkte Rackner und ich hab keinen Bock auf Rackner aber trotzdem spielen sie mit so und sie hatten das was ist am Start was heute machen hier ich habe kein Thema am Start wie Jüdisch-Morde professionell schon mal und man hat natürlich nichts mehr so zum reden oder doch ich könnte über irgendwas reden was kann ich denn so spontan reden über meine weihnachtssachen was denn so bekommen hat zu weihnachten und was ich mir gekauft habe von weihnachtshelts und so allem also was war das denn das beste was mich einfach erinnern kann ist meine Woodland Tarnfleck also so eine Woodland Tarnhose vielleicht kennt der ein oder andere diese diese Militärhose sind das ist so eine für wer hätte es gedacht Woodland also für Wald oder so und was und ja so eine habe ich zu weihnachten bekommen das war das geilste Geschenk was ich fand ich habe sogar zwei von denen die haben beide verschiedene Tarnmuster im Endeffekt kommt es auf gleich aus die brauche ich zum Software spielen und passt zum Thema Software habe ich jetzt gut angeschnitten ich habe mir eine Software gekauft von meinem weihnachtsgeld und zwar die HK416C jo ist ein übergeiles Ding kann man auf jeden Fall mal kaufen klare Kaufempfehlung auch an jeden der mal über Software so nachgedacht hat weil dieses Ding das geht einfach ab ist auf 15 Meter ist es präzise wenn man durch Kim und Korn schießt also durch diese beiden Zieleinrichtungen die dabei sind der Akku hält extrem lange muss leider acht Stunden laden aber sonst alles okay was mir sonst gekauft habe vom Geld war das erste Bett ist der Stadt ähm was wollte ich jetzt kaufen an der Kiste Waren Munition also 6000 Schuss Munition dann habe ich noch ähm ach was zwei Brillen gekauft und ne HK USP also so eine Handfeuerwaffe damit ich gegen meinen kleinen Bruder Software spielen kann und ja das war schon das größtenteils was habe ich noch bekommen ein Buch zum Reise zum Polareis oder sowas eigentlich mega interessant weil ich habe das damit mich mit solchen Sachen das ist eigentlich total nutzlos aber ich beschäftige mich extrem gerne mit solchen Sachen mit irgendwelchen ausgefeilten Sachen sowas wie diese Reise zum Polareis die hat ja schon 1600 im Jahr 1600 begonnen und sowas ach das interessiert euch ja gar nicht aber ich rede trotzdem darüber um irgendwas zu haben guck mal da ist ein Stevie hallo ich habe Block hätten ja was habe ich noch gehabt ich bin mal wieder extrem schlecht den Kommentieren ich bin immer noch aus der Übung ne man sieht es ja wie langsam baue ich nie die Blöcke hier an oh die haben beide eine Verbindung zur Mitte aber ich habe meine 5 Eisen in diesem 5 Eisen kann ich mir jetzt angewachen und zwar so zack und zack rein und schon haben wir eine Angel hat der einen Bogen ja er hat einen Bogen und er hat den Mutter geschossen ja und dann bauen wir uns zu dem hin versuchen ein bisschen zu egeln von wer hat mich jetzt abge... nein man es ist so klar für Stevies ach man das ist so typisch für Stevies sie schießen Leute ab die ihnen bei irgendwas helfen ich ich meine ich hätte den Gegner einfach töten können aber ne der schießt mich natürlich ab das ist so typisch für diese Penner diese Leute die haben keinen Plan von Minecraft und guck jetzt jetzt hat sich die Chance dass ich den besiegen hätte können hat sich jetzt vertan der Idiot wird vermutlich dieser Stevi-Kopf wird vermutlich auf mich schießen oh ja guck was habe ich gesagt so ein so ein dummkopp so ein dummkopp der hat mich einfach abgeschossen ach ja 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 das kann eine Runde werden aber wir machen das Beste draus oh hallo du triffst dich aber nicht habe ich hier irgendwas noch nutzvolles drin nein sollten wir mal Blöcke machen ist immer eine ganz gute Idee zack 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 ich denke jetzt mal nicht dass der mich trifft aber es könnte gut möglich sein aber er hat mich nicht getroffen gut dann mache ich mir das dann habe ich noch genügend Zeit um mich zu ihm zu bauen hoffe ich gut ich bin außerhalb seiner Schussreichweite hoffe ich jedenfalls ach je jetzt hat er mich gesehen aber er trifft nicht ja da habe ich den Angriff versaut mein Lieber du hast mir meinen Angriff versaut ich versau die in dir ach aber der wird in der Mitte kämpfen ach das wird eine schwer das wird eine nervige Runde der hat jetzt nicht endlich versucht mich abzustießen auf diese Entfernung was bringt sie der Typ sollte echt mal schieß den doch guck ihn an da hinten baut sich jemand ich kann ihn nicht sehen aber ich weiß dass er ihn ey was macht der ich habe keinen Plan was der da für einen Schrott macht ich weiß nur dass er schrotten ich weiß nur dass er halt Schrott baut und dass ich mir jetzt Kisten kaufe mein Bett zuzubauen fixter Shadow Bear alles klar ja 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 der fix der übernimmt die Szene Leute ich sag's euch so dann bauen wir hier noch ein bisschen einfach mal ohne Grund ein paar Sachen davor und wir kaufen uns doch ein paar nützliche der hat eine Ender Pelle ist wahrscheinlich was er hat eine Stärke trank Mann jawoll da haben wir ihn ja genau ja genau da haben wir dich Junge da haben wir ihn und jetzt ist sein Bett dran von diesem Penner von diesem Penner so er hat dort einen Eisenblock hingesetzt da muss ich jetzt warten Mann der hat dort nicht erst auf die Eisenböcke hingesetzt ja halt heul halt noch mehr herum heul halt junge Mann dieser Eisenblock ist dann sogar noch wieder jetzt jetzt brauche ich erstmal essen zum regenerieren ok gut danke geht dir genügend Zeit mir irgendwas gutes zu kaufen und Bett ist weg ja der Hacker hat wieder zugeschlagen mein Freund so aber ich werde glaube ich ich gehe nicht zur Mitte du triffst mich nicht triffst mich nicht triffst mich nicht zack 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 und so ja ich muss schon sagen das waren krasser Hits die ich dem gegeben habe so der wird sich natürlich die Mittenherrschaft um jeden Preis an eignen zu versuchen anzueignen aber ich werde mir einen Speeddrang kaufen und versuchen vor allem in die Mitte zu gehen oder nee das hat keinen Sinn ah da ist jemand anderes in der Mitte das ist gut ja damit hätte er nicht gerechnet dass er jemand anderes sich noch in der Mitte versteckt so die 5 Löcke haue ich mal hier rein dann kaufe ich mir hiervon wieder noch ein Stack hiervon kaufe ich mir noch ein bisschen was zu essen und schon habe ich eine gute Ausrüstung ah nee ich habe noch keine Lederbrustteile zack 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 und rein damit so und tschüss he he die Angel ist immer gut und tschüss ha 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 ah da halt ich vollidiot ich will mal ich war echt ein vollidiot ja ja schmalhutten du spatten du spatten du dummer so ein Idiot was war denn das jetzt schon wieder jo jo abpassiert ihr jedem mal Hashtag schmaluten lernen laufen du sparten zack zack ich brauche auf jeden Fall dringend ne Angel ich habe irgendwie Angst dass der hinter mir auftaucht aber ich denke ja nicht ne wird er glaube ich nicht er wird sich aber einen Bogen gekauft haben oder irgendwas mit dem er mich jetzt leicht töten kann er hat keine Rüstung meine Sichtweite ist leider kurz und beschränkt deswegen sehe ich den leider manchmal nicht aber vielleicht denkt er kommt er zu mir oh ich habe die Kiste angewählt das ist mein Tod das war mein Ende Mann fuck das war mein Scheiße warum habe ich auch geblockhitted das war sein Fehler er hat versucht mich darüber zu hitten und jetzt jetzt ist meine Zeit da jetzt renne ich mal in die Mitte jetzt hole ich mir mal mit ein Equip so und diesmal läufst du richtig und machst keinen Fehler ich habe 24 fucking Gold damit kann ich mir geiles Zeugs kaufen wirklich geiles Zeugs erstmal natürlich ganz standard auf den Bogen rein zack zack er hat verlassen dj ach schade na schade schade kam es nicht zu einem krassen Endkampf ihr seht ich bin kein Premium Spieler mehr aber sonst war eine ganz gute Runde eigentlich dem habe ich es gezeigt diesem Penner der mich einen Hacker genannt hat du verdammter Hacker du ja ja ich bin ein Hacker ja ja jedenfalls wenn ich die Folge gefallen hat lasst doch eine positive Bewertung da würde mich auf jeden Fall riesig freuen bestern abonniert dann verpasst ihr kein Video mehr es ist keine Pflicht zu abonnieren es ist unterstützt mich einfach wir haben schon 320 Abonnenten glaube ich so um den Dreh es ist wahnsinnig Leute ich liebe euch dafür und bis zum nächsten Mal ciao ciao euer Schmalukten